So, kannst du jetzt mal vielleicht das Dings hier aufmachen? So, komm her. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein könnten. Euer Bußgeld wurde bezahlt, jetzt erzählt mir von Kematu. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Na, wir werden ja erstmal sehen. Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! So, Auftrag, töte Kematu, na das ist doch mal ne Ansage. So, jetzt würde ich mal gerne mich interessieren, wo das ist. Das ist auch wieder so weit weg. Aber ich hab das Gefühl, dass ich da nicht umhin komme. Ich meine gut, von hier an ist es gar nicht mehr so weit, da hinzukommen. Hm. Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Ich wollte jetzt mal ausprobieren, ob ich vielleicht nach Helgen komme, weil ich doch von da aus vielleicht irgendwie auch weiterkomme. Wir gucken mal. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich noch irgendwelche Quests habe, die ich hier in der direkten Nähe irgendwo erfüllen kann. Schätze, Riften ist ne weit weg. Besuche den Schrein von Azura. Wo ist das? Ach du Scheiße, da weiß ich nicht mehr, wo das ist. Äh, halt, ich will ihn doch gar nicht markieren. Du Scheiße, wo ist denn das? Kann ich das hier wirklich nicht bewegen, den Kappenausschnitt? Doch, hier, mit WHST, Tatsache. Das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Ah, was haben wir denn noch? Aventus Aretino. Ähm, M. In Windhelm. Ist auch so weit weg. Töte den Banditenanführer in Lagersteller Monde. Das ist noch einigermaßen nah ran. Das könnte man mal machen. Hm, Aufstand der Sturmhändler. Finde die Energiequelle in Totmannsruhe. Das ist weiter weg. Ähm. Begebe dich zur Akademie von Winterfeste. Das war, glaube ich, auch weit. Das ist ja noch weiter weg. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal zu diesem Lagersteller. Lagersteller Monde. Äh, dazu ist es, glaube ich, am günstigsten, wenn ich hier im Staubmannsgrab beginne. Beim Zaubern solltest du warten, bis der Zauber bereit ist, bevor du die Taste und dann kam noch irgendwas anderes. Ich höre Geräusche. Hm, wer weiß. So, wir markieren uns mal das... Irgendwann mal. Ich laufe einfach weiter nach Osten und dann... Guck mal, da ist es sogar schon markiert. So, wir ziehen erstmal wieder eine Runde. Ach, ich bin hier über so ein Knochen-Durchsuchenskelett. Stark. Das war ein einzelner Knochen. Was ist denn das hier? Hm. So eine Art Unterschlupf oder so. So, dann wollen wir mal schön weiter rennen. Was ist denn das hier? Igitt! Oh, das sieht aus wie solche... Wie diese komischen Chitinen-Viecher da. Schlammkrabbe. Oh Gott. Die scheinen zum Glück nicht so viel auszuhalten. Stirb. So, durchsuchen. Schlammkrabben-Chitinen, Schlammkrabbeiner. Das ist ja voll praktisch. Wo sind die dritte? Ich habe doch gerade drei getötet. Ich kann die leider damit auch nicht zur Seite schieben, irgendwie. Ach nee, Quatsch. Die dritte liegt hier. Haha. So. Na komm, du auch noch? Wo sind die hin? Ah, die hat sich eingegraben. Wie gemein ist das denn? So. Hätten wir die auch? Dann geht's weiter. Zum Banditenanführer! So, das hier sieht doch schon mal ganz verdächtig nach einem Ort aus, wo wir hinwollen. Da ist noch ein Wolf. Wahnsinn. Mit einem Schwertknauf erschlagen. Ich fasse es ja gar nicht. So. Ha. Da ist noch irgendwo ein Gegner markiert. Der bewegt sich. Schön vorsichtig sein. Hm, er ist weg. Was ist denn jetzt auf einmal hier noch markiert? Steht nicht da. Hm. Ich würde sagen, ich speichere erstmal sicherheitshalber wieder. Und dann schauen wir mal. Wein, Wein, Fass, Eimer, Karotten, Mehlsack. Ach komm, wir nehmen mal die Karotten mit. So. Lagersteller Monde entdeckt. So, hier geht's bestimmt gleich wieder irgendwo so eine Art Wachposten. Hier hat sich eine Schlecht. Komm zurück. Da sind sie. Bandit. Und Hack. Ih, der kann zaubern. Wie gemein ist das denn? Wir sind verlobten. So, dann gucken wir mal, was der Schönes hat. Oh, Dietrich. Das finde ich ja cool, wenn die Banditen Dietriche dabei haben. Da kommen sie runter. Ich möchte erstmal ganz schnell den hier durchsuchen, ehe ich das vergesse. Brot, Dietrich, Gold. Hm, lassen wir mal. So, stirb. Banditen gesetzloser. Oh, der kann volle Bude zaubern, oder was? So. Na komm, jetzt will ich aber noch ordentliche Belohnung haben. Stab der Flammen. Ein Flammenmeer, das acht Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Brindeziele allein zusätzlichen Schaden. Der hat auch wieder hier so einen Balken, der aufgeladen ist. den man wahrscheinlich mit Seelenstein dann wieder auffüllen muss. Ist ja nervig. Ja, da ist ja noch jemand. Hm. Amethyst, Gold. Ähm. Da unten schießt noch jemand. Erstmal den noch schnell durchsuchen. Eisenfeil, Gold, Felschuhe, Eisendolch. Egal. So, ein bisschen rennen und im Kreis rennen, damit wir den ein bisschen verwirren. Unhack, unhack. Jawoll. Wow, wie kreativ. So. Durchsuchen. Orkische Pfeile, Eisenfeile, Dietrich, Gold. Passt. Passt. Ist das hier schon das Lager oder muss ich hier noch irgendwo reingehen? Eisenbarren. Ich sollte den Anführer töten jedenfalls. Cool. Hier gibt es eine Schmiede. Mondstahlschreitkolben. Das ist ja cool. Vor allem Streitkolben ist eine Einhandwaffe. Solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Ziel für 10 Schadenspunkte. Nicht schlecht. Notizen zum Mondschmiede. Ich habe die Schmiede zum Laufen gebracht, aber ich finde an ihr noch nichts Besonderes. Diese Waffen wurden eindeutig hier geschmiedet, doch das Geheimnis ihrer Verzauberung offenbart sich nicht. Bislang konnte ich nur feststellen, dass es eine Verbindung zwischen der Macht der Waffe und dem Erscheinen der Monde gibt. Die Waffen selbst sind offenbar aus normalem Metall geschmiedet, doch wenn die Monde hoch am Himmel stehen, erhalten sie eine zusätzliche Fähigkeit. Es scheint, als erlangten die Mondwaffen, sobald die Sonne gesunken ist, eine vampirartige Eigenschaften zu und übertrügen einen kleinen Teil der Gesundheit des Opfers auf den Benutzer. Aha. Mondstahlschwert. Leichte Rüstung schmieden. Hey, der hätte mir jetzt ruhig nochmal Erfahrung geben können, aber wahrscheinlich, weil ich dieses Buch schon mal gelesen habe, kriege ich das nicht nochmal. Schade. Zwergenkriegsachst. Schaden 13. Da muss man sich ja fast überlegen, ob das Schwert, was ich mir von dem habe schenken lassen, äh, umsonst gewesen ist, wenn ich jetzt schon hier so eine Zwergenaxt bekommen habe, die augenscheinlich mehr Schaden verursacht. Naja, wir gucken mal. So, mich würde jetzt jedenfalls mal interessieren, wo das hier in dieses Lager reingeht. Äh, was war das? Nein, ein Drache! Scheiße! Hat ihr das gesehen? Oh Gott. Ich hab Angst. Ich glaub, ich speichere nochmal. Aber einen neuen Spielstand, für den Fall das? Ich halte mich jetzt hier mal nah an dem Felsen, vielleicht sieht er mich nicht. Ich hab jetzt ehrlich gesagt, er hat keine Lust, gegen einen Drachen zu kämpfen. Es scheint aber offenbar noch mehr Drachen zu geben. Ach du Scheiße. Irgendwo hier ist ein Drache. Das könnte vielleicht irgendwas mit diesen Symbolen da oben noch zu tun haben. Ach du Scheiße. Das war gerade so ein Geräusch, da dachte ich, verdammt, weil das genau das gleiche Geräusch war, was damals in Helgen gekommen ist. Ich guck erstmal hier rein. Gibt's hier irgendwo einen Hebel? Hm. Hm. Vielleicht ist das der Ausgang von dem Lager. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt durch diese Tür dort. Da drin wird's ja wenigstens hoffentlich keinen Drachen geben. Ach du Scheiße. So. Weiter geht's. Hm, hier ist bloß Zeug. Da ist ein Bandit. So, die brennen schön. Und zack. Abgeschlossen. Das war's schon. Eisenpfeil, Gold. Und der andere. Gold. Hm. Theoretisch kann ich ja jetzt auch noch ein bisschen Gedöns mitnehmen. Oder? Moment mal, der hatte hier gerade noch die beschlagene Rüstung. Die bringt sogar einigermaßen viel. Ich meine, ich kann ja jetzt ruhig noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Wenn ich jetzt hier wirklich, äh, wenn das jetzt hier wirklich schon alles war. Hm. Kartoffeln, Äpfel, Salz nehmen wir mit. Truhe. Orkischer Bogen, die bringen schön viel Geld. Und das Fass ist leer. Aber ich wollte nochmal nach hier oben. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht fertig mit durchsuchen. Die haben mich ja hier unterbrochen. In den Fässern ist sowieso bloß Gedöns drin. Ähm. Ist hier noch was? Nee. Hier irgendwo. Kessel, Krug. Nee, dann war's das tatsächlich schon. Dann geht's weiter. Dann war das tatsächlich jetzt schon der Anführer. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Oh, Bandit. Was war denn das jetzt? Der erste Schlag hat so gut wie gar nichts abgezogen. Und der hat jetzt hier richtig reingeknallt. So, Horkerfleisch. Ach komm, wir nehmen das mal alles mit. Dann sind wir jetzt zwar dezent überladen. Aber, meine Güte, äh. Ich werde jetzt sowieso. Oh, da ist noch ein Schloss. Ich werde jetzt sowieso dann sicherlich bald nach Weißlauf zurückkehren. Und dann können wir das hier entsprechend, äh, gleich alles wieder verkaufen. Wenn ich einen Händler finde, der noch Geld hat. Nach der letzten Verkaufsorgie. Na, komm schon. Jawohl. So. Nächster Raum. Das scheint wirklich nur noch so eine Art Lagerraum zu sein. Amethyst, Gold, Zaubertränke. Ich glaube, ich muss nachher doch noch ein bisschen was von dem ganzen Mist hier wegwerfen. Mond, Eisen, Streitkolben. Jetzt trage ich wieder zu viel. Zaubertränke. Lösung der Gesundheit. Was ist denn Lösung der Gesundheit? Muhahaha. Gesundheit wird für 60 Sekunden um 60 Punkte erhöht. Hm. So, was könnte man mal wegschmeißen? Ich glaube, Bekleidung habe ich ein bisschen was Unnützes. Die Fellschuhe zum Beispiel können weg. Die Fellrüstung kann weg. Die Felsrüstung kann weg. Die beschlagene Rüstung würde ich erstmal behalten. Äh, der Dolch kann noch weg. So. Sollte für das Erste reichen. Mal gucken, ob ich hier noch etwas Wertvolles finde. Dann muss ich hier doch nochmal tauschen. Angebratener Schlachterfisch. Hm. Naja, passt schon, ne? Tschüss. So, da sind wir wieder. Truhe. Gold-Zaubertränke. Ich trage schon wieder zu viel. So. Na gut. Dann werden wir jetzt hier mal schön an der Kette ziehen. Und. Na. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich weiß gar nicht, aber ich hoffe mal, dass ich schnell reisen kann. Wenn ich. Scheiße, ich bin überladen. Ha. Bei Team Fortress wäre das was Cooles, wenn ich überladen bin. Hehe. So. Was wollte ich denn jetzt mal wegschmeißen? Äh, hier bei dem Essen. Guck mal. Ich esse mal jetzt hier einfach so einen Meelsack. Und dann können wir schnell reisen. Hehe. Drachenfeste. Jawoll. Durch seine zentrale Lage im Himmelsrand hat sich Weißlauf irgendwas mit Provinz entwickelt. So, dann lassen wir uns jetzt das Kopfgeld auszahlen. Und ich hoffe, dass es möglichst viel ist. Vielleicht kann ich mir dann noch was für meine Butze kaufen. Ich stecke mal lieber die Waffen weg. Nicht, dass sie denken, ich will den Jarl töten. Dann ist Irileth sauber auf mich. Wo ist denn der Vogt? Hallo? Ach, seht ihr mal, ich wollte ja sowieso nochmal mit dem Arschkeks hier sprechen. Wo ist denn der? Schläft der? Die Glücklichen sind euch heute, mein Freund. Äh. Was habt ihr zu verkaufen? Zauberliche Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, dann gucken wir nochmal. Bücher. Beschworene Streitachs. Ach, stimmt. Genau, das war sowas. Zauberbuchblitz. Der Gesundheit 25. Magiker halb so viele Punkte. Blitzschaden. So eine Blitzzone. Explodiert. Auf einer in der Nähe befindliche Oberfläche gewirkt. Wie Gegner zu nahe kommen, versucht 50. Weisstachel. Feueratronachen beschwören. Feuerblitz. Ein Feuerstoß, der 25 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Feuerurne. Ach nee, Feuerruhne. So rum. Flammen. Das habe ich schon. Frostbiss. Frostruhne. Funken. Furcht. Heilende Hände. Heilung. Hellenmut. Hellsehen. Kerzenschein. Erschafft für 60 Sekunden eine schwebende Lichtquelle. Leichnam wiederbeleben. Leichter Schutz. Magierlicht. Niedere Untote vertreiben. Raserei. Schnellheilung. Schutzgeist. Seelenzombie erwecken. Es gibt hier schon richtig nette Sachen. Seelenfalle. Den kaufe ich. So, ich glaube ich werde gleich mal noch ein bisschen was verkaufen. Guck mal. Ich kann nämlich hier den Stab der Flammen, den kann ich nämlich noch an denen verkaufen. Fibel des schöneren Wohnens in Weißlauf. Da gucke ich auch gleich mal noch ein. Schriftrollen. Rolle der Hysterie und des Feuersturms. 1377. Ich glaube es ja wohl. Hier gibt es sogar gefüllte Seelensteine. Das ist ja krank. So teuer sind die gar nicht. Entschuldigung, mir steckte gerade ein Nieser in der Nase, aber er ist nicht rausgekommen. So. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich war mal überlegen, ob ich mir noch was kaufe. Du bewegst dich 180 Sekunden lang lautloser. Kerzenschein. Wer will das schon? Also bestimmte Sachen, die hole ich mir vielleicht später mal. Ich muss jetzt nochmal genau gucken. Den Unterschied zwischen Feuer, Eis und Blitz. Also Blitz scheint immer Gesundheit und Magikarschaden zuzunehmen. Eis macht Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Und Blitz, wo hatten wir es denn? Blitz macht Gesundheit und Magikar. Eis macht Gesundheit und Ausdauer. Und Feuer macht... Wo war es denn hier? Feuer macht... Nicht blöd. Flammen zum Beispiel. Oder Feuer, meine Flammen. Schadenspunkte pro Sekunde. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Ja, also der Blitz macht Schaden, solange ich treffe. Ach nee, das ist jetzt ein Feuerblitz. Mann, wo sind denn das? Das ist so durcheinander hier gerade. Funken, sowas hier. Genau. Der macht Gesundheit und Magikarschaden. Also der macht nur Schaden, solange ich treffe. Das Feuer macht auch Schaden, wenn ich ihn einfach anzünde und dann weglaufe. Aber dafür macht Blitz eben noch Magikarschaden dazu. Und das hier macht Ausdauerschaden. Wobei ich glaube, dann kann ich das Eis zumindest erstmal weglassen. Ähm, ich gucke mir nochmal die Verbesserungen an dafür. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt langsam mal so ein bisschen hier zaubermäßig weiterentwickeln möchte. Äh, Zerstörung. So, mit Feuer kann ich hier nämlich nachher das Ziel fliehen lassen. Mit Eisenskälte lähmen, mit Blitz auflösen, wenn die Gesundheit niedrig ist. Ansonsten hier erstmal natürlich mehr Schaden verursachen. Hm. Also solche Zerstörungszauber finde ich auf jeden Fall cool. Besucht ihr die Drachenfeste um über die anderen? Werft einen Blick darauf. Ja, ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, welche... Ich würde mich, wie gesagt, gerne auf eine Zauberart sozusagen beschränken. Also nicht beschränken, aber jetzt erstmal fokussieren. Blitz macht eben Gesundheit und Magikar. Was nicht schlecht ist, weil dann habe ich, wenn ich einen Zauber und einen Gegner habe, dann nerven die mich nicht so. Auf der anderen Seite kann ich mit Feuer eben anzünden und danach weglaufen. Das ist auch nicht schlecht. Und mit Eis? Ja, Eis will ich nicht. Das ist Gesundheit und Ausdauer. Aber das halte ich jetzt erstmal für mich nicht für so sinnvoll. Hm. Mano. Funken. Das ist... Das habe ich ja schon. Blitz. Ein Blitz der Gesundheit 25 und Magikar halb so viele Punkte Blitzschaden zufügt. Hm. Ich bin gerade überhaupt nicht schlüssig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Sehr eklig. Hm. Ja, es ist mir ärgerlich. Hm. 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 Blitzruhne. Feuerblitz. Also Feuerblitz scheint sozusagen das gleiche wie Blitz zu sein. Blitz macht 25 und halb so viel auf Magikar. Und Feuerblitz macht 25 und das Brindeziel erleidet weiter Schaden. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Blitz, äh, ist sozusagen, das prokrastiniert mehr. Du tötest den Gegner damit nicht so, also nicht so schnell, aber dafür, äh, kann er nicht so viel zaubern. Mit Feuer töte ich ihn schneller, aber dafür kann er vielleicht nochmal ein bisschen rumstenkern. Hm. Ich bin jetzt sowieso mal am Gucken. Ich bin jetzt sowieso mal am Gucken. Ich bin jetzt sowieso mal am Gucken. Sag mal, diese Rollen hier. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 12 greifen 60 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 50, von 5 Metern 50 Schadenspunkte verursacht. Ich weiß nicht, ob ich diese Rollen wirklich brauche. Ich meine, für richtig viele Menschen mag das vielleicht mal sein, aber... Ich meine, sie wiegen nicht viel. Ich bin jetzt bloß gerade am Überlegen, ob ich vielleicht mal irgendwas verkaufe. Ich meine, dieses Zauberbuch Hellsehen zum Beispiel, das habe ich ja schon. Das kann also weg. Heilung habe ich auch. Funken habe ich auch. So, dann mache ich mir auch noch mal ein bisschen Geld. Leichte Rüstung schmieden, das wollte ich mir noch mal aufheben. Das kann ich eigentlich wegtun. Ähm. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Gold. Ich glaube, ich hole mir jetzt erst mal dieses Kopfgeld ab. Bevor ich dieses Kopfgeld nicht habe, kann ich mir sowieso nicht noch so ein Ding kaufen. Ich werde jetzt erst mal den Vogt irgendwo suchen. Ähm. Ja.